Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one more soap and sleigh Die Darsteller, die Sänger sind alle grandios getanzt und diese Frau ist ein Feuerwerk. Ich kann mich nur vor ihr verneigen, voller Respekt und sagen, wie toll ich es finde. Es ist von einem Herzen und einer, wie soll ich sagen, Lebendigkeit und Liebenswürdigkeit, dass man richtig froh wird. Ich bin total begeistert. Ich bin erst mal völlig geflasht. Ich bin immer zwischen Lachen und Weinen. Also mir kommen laufen die Tränen, weil es so schön ist. Naja, wir kommen jetzt so langsam auf Weihnachten zu und das ist jetzt so der Beginn der Startschuss. Dann fängt es an, die Adventszeit und alles hektisch. Deshalb ist es mal ganz gut, sich da vorher einzustimmen. Auch mal die Unterschiede zu sehen zwischen amerikanischen Weihnachten und deutschen Weihnachten. und beides in Kombination und dann von so einer tollen Künstlerin vorgetragen mit ihren anderen Kolleginnen und Kollegen. Macht Spaß. Dass ich in meinem Alter schwanger werde, ist sowieso ein Wunder. Ich habe das nicht erwartet und Josef auch nicht. Ich finde das einfach schön. Ich freue mich auf eine Spielzeit hier. Und ja, ich brauche viel Weihnachten dieses Jahr und ich würde es haben. Ich hoffe, dass die Leute kommen und das genießen mit uns. Dasakh吧. Das AIDS-Time, wir möchten all gern 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 gibt Das ganze Weihnachten Lapagen, beularg Geräusche sind incremental zu. Das securedst du Wunderbar auf den Wohnworks.